Die Panel 117.5 Frau Carven-Mädchen, ist aber sehr, sehr klein, hat so 55 cm Schulterhöhe, ganz, ganz nette Lady, sehr verschmust, sehr menschenbezogen, ist hier immer eigentlich bei uns die ganze Zeit. Hat am Gesäuger einige Wucherungen und auch etwas Tumorartiges, was wir da jetzt gerade gefühlt haben. Mal erklären, was das ist. Sehr nett, wie hier mit den anderen Hunden. Kleines Pummelchen, hat gut Winterfell und ein bisschen auch was aus den Rippen, kann ja hier nicht schaden. Na, da sieht man, wie sie niedrig ist. Hier haben Gesäuger hat sie. Hat sie solche Mucherungen. Ganz zartes Fägerstum. Ja, danke. Vielen Dank.